Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung der Vortragsreihe All About AI. Heute, genau, sowohl die Leute online als auch eben jetzt alle, die hier so zahlreich doch erschienen sind, obwohl morgen Feiertag ist. Immer ein schlechter Termin, egal wann. Genau, also wir, das Team der Stabscheche für Digitalisierung und das Team des e2Quali-Projekts freuen uns auf jeden Fall auf einen schönen Auftakt und wir haben noch kurz ein paar Anmerkungen, vor allem für die Leute online. Sie haben wahrscheinlich schon die geteilte Präsentation gesehen, also wenn Sie Fragen technischer Natur haben, dann gerne in den Chat schreiben. Wenn es Fragen an den Referenten sind, dann bitte gerne über diese drei Punkte rechts unten und Frage und Antwort stellen. Zur Not auch im Chat, geht auch. Genau, wir sammeln dann und stellen dann, was noch geht im Anschluss an den Vortrag. Und für alle, die hier vor Ort sind, wenn wir praktisch fertig sind mit dem formellen Teil, können wir uns danach noch hier direkt daneben ist das Litcafé und da können wir uns einfach auch noch zu einem informellen Austausch treffen. Es gibt Getränke käuflich zu erwerben und genau, da kann man dann einfach noch so ein bisschen, auch vielleicht mit Herrn Knaus, der bleibt vielleicht auch noch ein bisschen, genau, kann man da noch ein bisschen quatschen. Und bevor wir uns aber jetzt unserem heutigen Speaker zuwenden, möchte unser Rektor Professor Jörg Kessler auch noch ein paar Worte an uns richten. Ja, danke Moritz. Ja, als Rektor der Pädagogischen Hochschule freue ich mich sehr, hier Studierende der PH zu sehen, Kolleginnen und Kollegen, aber auch vermutlich die interessierte Öffentlichkeit. Vielen Dank für Ihr Kommen, wenn wir hier Hybrid zusammenzählen, also Präsenz und Online, sind wir über 100 Personen und das zeigt ja die Resonanz und die Bedeutsamkeit der Veranstaltungsreihe All About AI. Als Englischsprach freue ich mich immer, wenn wir sowas auch mal auf Englisch zumindest im Titel haben, weil wir auch mal versuchen, einen Teil englischsprachige Lehre zu bringen. Aber der Vortrag und die Diskussion wird natürlich in deutscher Sprache gehalten werden. AI, künstliche Intelligenz, ist ein wichtiges Thema. Das didaktische Potenzial wird in ersten Studien ja auch schon beschrieben. Uns als Hochschule ist es wichtig, dieses Potenzial zu erkennen und zu nutzen, aber auch aktiv und datenbasiert nicht nur zu bewerten, sondern auch mitzugestalten. Es ist uns wichtig, dass wir hier als Hochschule, wir verstehen uns in unserem Profil als eine bildungswissenschaftliche Universität, diesen Prozess nicht nur in der Lehre einsetzen, sondern auch in der Forschung weiter betreiben und eben auch Impulse in das Feld senden können. Deshalb ist dieser Austausch intern und über die Grenzen Ludwigsburgs hinaus uns so wichtig. Und die Expertinnen und Experten, die jetzt in dieser Vortragsreihe heute den Auftrag, eben Professor Knaus, unser Medienpädagogik-Professor, hier bieten, eine wichtige Beteiligung an diesem Diskurs. Wenn ich mir das Bild in diesem Flyer anschaue und als ehemaliger Lehrer anschaue und jetzt als selber Professor, Forschender und jetzt Hochschulrektor, dann lese, was die KI dazu gesagt hat, nämlich ein Roboter, der auf einem Hügel steht und von Menschen umgeben ist. Diese hören ihm zu und es entsteht eine optimistische Atmosphäre. Soweit die KI. Ich, nicht KI, bin optimistisch, dass die KI eine große Chance für uns alle bietet und wir den Prozess aktiv und mit echter Intelligenz mitgestalten. Solange die KI immer noch den Frontalunterricht höchstens noch in die Berge verlegt, mache ich mir keine Sorgen, dass echte Lehrkräfte auch noch wichtig sind und gebraucht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kessler. Jetzt noch kurz ein paar wenige Worte zu unserem Speaker heute. Thomas Knaus ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik und auch hier der Leiter der Abteilung Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind der digitale Wandel in Bildungseinrichtungen, die schulische Medienpädagogik sowie die Bildungsinformatik zu Themen wie KI in Schule und Hochschule. Wir freuen uns sehr auf den heutigen Input zum Thema KI verändert unsere Welt. Wie wird diese Welt aussehen und was bedeutet das für Bildung? Einen herzlichen Applaus für unseren Redner heute, Thomas Knaus. Vielen Dank, danke schön. Danke für die nette Vorstellung. Vielen Dank, lieber Jörg, für die einführenden Worte. Ich glaube, ich kann dich beruhigen tatsächlich, also mit meinem Fazit. Aber mal gucken. So eins nach dem anderen. Ja, sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich heute hier nicht alleine bin in diesem Vorlesungssaal. Denn normalerweise um 18 Uhr, selbst an einem wirklich trubeligen Werktag, wird es hier an der PH üblicherweise ein bisschen ruhiger. Und heute nochmal, glaube ich, speziell ruhig. Und jetzt sogar dunkel. Heute sogar speziell ruhig vor dem Feiertag. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich freue, dass Sie heute hier sind. Denn tatsächlich ist es nicht so selbstverständlich, dass, wenn man zu einem Vortrag einlädt, der heißt, KI verändert unsere Welt, dass dann da jemand kommt. Denn die KI-Community unterscheidet zwischen sogenannten KI-Sommern und KI-Wintern. Und vor etwa zwei Jahren, gar nicht so lange her, hatten wir einen KI-Winter. KI-Winter heißt in diesem Fall, dass es schwierig ist, für KI-Forschung Forschungsmittel zu bekommen, private genauso wie öffentliche, und das öffentliche Interesse an künstlicher Intelligenz ist relativ gering gewesen. Und, naja, vielleicht bestenfalls so etwas wie, so etwas für Menschen wie Geeks, so wie ich einer bin. Oder vielleicht für düstere Dystopien. Oder vielleicht, vielleicht erinnert sich jemand von Ihnen noch daran, für nicht ganz so gelungene Stuttgart-Tatorte. Aber jetzt, jetzt ist Sommer. Und wir haben das zu verdanken, OpenAI. Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das ChatGPT veröffentlicht hat im November 2022. Und plötzlich über Nacht dafür gesorgt hat, dass sich jede und jener für KI interessiert. Und das freut Menschen wie mich beispielsweise, die schon vor mehreren Jahren, Jahrzehnten, konzeptionelle Texte zur KI verfasst haben und die plötzlich gelesen werden. Das ist nett. Und man wird eingeladen, man darf hier sprechen. Und insofern ist das auch nochmal besonders, weil, ich weiß nicht, Sie kennen das wahrscheinlich, wenn man von der eigenen Hochschule eingeladen wird, über sein Thema zu sprechen, das ist schon mal was Besonderes, das ist eben der Prophet im eigenen Lande, Sie wissen schon. Der Vorteil ist aber, dass wenn man an der eigenen Hochschule vorträgt, dass man nicht so richtig viel zu sich sagen muss. Also, der Knaus, das ist der Medienpädagoge hier im Haus. Das ist der Vorteil und dann haben wir etwas mehr Zeit, uns auch gleich über die Inhalte zu unterhalten. Und da gibt es ja durchaus einiges zu erzählen. Und die Vortragsreihe, ein richtig schöner Titel, finde ich, All About AI. Aber der Wissenschaftler in mir, der regt sich da an der Stelle und sagt dann, All, ernsthaft, 70 Jahre KI-Forschung in 70 Minuten, das wird auf jeden Fall sportlich. Ich nehme es mal vorweg, ich schaffe es nicht. Ich werde nicht alles über AI erzählen können, aber die Vortragsreihe endet ja heute nicht, das ist der erste Punkt. Und zweitens, was wir vielleicht tun können, ist, gerade jetzt mit dieser Auftaktveranstaltung, auf einer etwas höheren Flughöhe, aus einer Weitwinkelperspektive mal auf dieses Thema zu schauen, auf die letzten 70 Jahre und auch dabei die Frage zu klären, was macht diese Medieninnovation, diese Technikinnovation mit unserer Gesellschaft und in dem Moment auch in einem weiteren Schritt mit unserem Bildungssystem. Und auch vielleicht die eine oder andere spannende Frage zu klären, was darf KI und was darf sie nicht und welche Welt mit KI oder ohne KI wünschen wir uns eigentlich? Und doch kann man sagen, naja, wahrscheinlich wird es nicht ganz so spannend heute Abend, weil ich habe Ihnen ja erstens die wesentliche Erkenntnis bereits verraten, nämlich KI wird unsere Welt verändern, also es ist schon geteasert. Und das Zweite, sie waren ja alle mit dabei, seit OpenAI 2022 ChatGPT veröffentlicht hat und ich denke mal, dass jede und jeder von Ihnen auch schon mit generativer KI Erfahrungen gesammelt hat. Aber gucken wir uns erst noch mal an, was eigentlich passiert ist. OpenAI hat ChatGPT im November 2022 veröffentlicht und jetzt verfügt jede und jeder über zumindest eine Ahnung, was generative KI ist, wie sie funktioniert. Na, was zumindest rauskommt, wenn man ChatGPT eine Frage stellt oder sich einen Text verfassen lässt. Das war natürlich aber nicht die Intention von OpenAI, sondern die Intention dieses Unternehmens war, Geld für ihre Forschung zu bekommen. Und das hat auch richtig gut funktioniert, weil allein 10 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen nur allein von Microsoft bekommen und das Thema damit entsprechend gepusht. Positiv für mich ist aber, dass wir alle jetzt zumindest eine Idee haben, was verbirgt sich unter KI, zumindest unter generativer KI. Wir werden gleich auch schauen, das ist sozusagen nur ein Teilbereich der KI-Forschung beziehungsweise auch der Anwendungsfelder von KI. Aber wir können ja mal gleich den Live-Test machen. Ich mache das immer, ich habe gerade meine Veranstaltung, habe Einführung in die Medienpädagogik und da kennen die Studierenden das bereits, es sind ja vielleicht auch einige da. Und Sie kennen das bereits, meine Medienpädagogische Sportstunde. Das funktioniert ganz einfach. Ich stelle eine Frage und wenn Sie entsprechend, wenn Sie zustimmen, dann stehen Sie kurz auf. Und das ist tatsächlich in der Aula mit 350 Personen oder 400, je nachdem wie viele es sind, sehr, sehr lustig. Hier bestimmt auch. Und wir probieren das mal. Also die erste Frage wäre, wer von Ihnen hatte schon Berührungspunkte vor dem Jahr 2022 mit künstlicher Intelligenz? Ah, okay. Ich sage das mal für die Online-Teilnehmenden. Einer hat die Hand gehoben, online, genau, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ich sage das mal für die Online-Teilnehmenden. Ich glaube, ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal so sagen, sieben Personen haben sich, sieben Personen standen gerade, beziehungsweise haben sich gemeldet. Wir können ja mal weiterschauen. Okay. Irgendwas funktioniert da gerade nicht, aber das ist nicht problematisch. Wir machen einfach weiter mit der medienpädagogischen Sportstunde. Wer hat von Ihnen heute jetzt schon Erfahrungen mit KI-basierten Textgeneratoren, also wie ChatGPT zum Beispiel? Oh, und das ist interessant. Ich sage das mal für die Online-Teilnehmenden, fast alle stehen gerade. Vielen Dank. Und wir können ja direkt mal weitermachen, weil Sie wissen ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Insofern ist Bewegung unglaublich wichtig. Wer von Ihnen hat sich schon, oder nein, wer von Ihnen hat vielleicht Erfahrung schon mit Bildgeneratoren? Auch ganz schön. Also ich würde sagen, für die Online-Teilnehmenden die Hälfte. Vielen Dank. Und wer hat schon Erfahrungen mit Videogeneratoren? Sora zum Beispiel, auch total faszinierend, wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben. Und jetzt gerade stehen drei, inklusive meiner Doktorandin. Und wer von Ihnen hat sich schon mal von einer KI einen Text für eine Haus- oder Masterarbeit schreiben lassen? Ich habe nicht gefragt, auch dann noch direkt abgegeben, ohne Ihnen zu verbessern. Okay, also online melden sich zwei. Hier steht keiner, traut sich keiner wahrscheinlich. Okay, und jetzt mal an die Kolleginnen und Kollegen. Wer hat schon mit KI eine Klausur korrigiert? Oder ist zumindest probiert? Könnte man ja auch machen, ne? Also jetzt gerade meldet sich niemand. Okay. Was ich sagen will, und unterm Strich, und wir haben das, denke ich, in diesem Live-Test gerade ganz gut bewiesen, die These ist aufgegangen. Jede und jeder verfügt über Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz, mit KI-basierten Systemen. Wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, worum geht es eigentlich, wenn wir an Chat-GPT denken. Das ist ja sozusagen, wird ja immer als Synonym verwendet für KI, ist aber tatsächlich nur ein sogenanntes Large-Language-Model eines Unternehmens. Und es gibt noch viele, viele weitere. Also es gibt erstmal viele, viele weitere Large-Language-Models. Und es gibt natürlich viele Unternehmen, die das entsprechend, die gerade daran arbeiten. Das ist wirklich mittlerweile, man kann eigentlich, wenn man da eine Folie dazu machen würde, könnte man die täglich überarbeiten, weil jeden Tag nochmal was Neues dazukommt. Tatsächlich so umtriebig ist dieser Bereich. Wenn man jetzt aber jetzt mal auf Chat-GPT schaut, tatsächlich nur dann streng genommen geht es hier um zwei Systeme. Einmal geht es um ein Textsystem, um einen Textgenerator und um ein Dialogsystem. Und einfach von der Funktionalität her kann man das erstmal unterscheiden. Und was aber auch auffällt, ist, dass gerade Dialogsysteme gar nicht so alt sind. Sie können mir mal raten, ich habe Ihnen hier einen Dialog zwischen einer Maschine, zwischen einem Computer und einem, genau, Sie wissen es, und einem Menschen abgeschrieben. Und Sie dürfen mal raten, aus welcher Zeit, einer von Ihnen weiß sogar von wem er stammt, der Text, wer sich da, aus welcher Zeit dieser Text stammt, beziehungsweise dieser Dialog. Weisenbaum hat es gerade schon 1960 gemacht? Ja, genau, exakt. Ja, tatsächlich. Sie haben es auch, genau. Ja, also Weisenbaum, Joseph Weisenbaum hat sich 1966, glaube ich, 65 war es da vorne, müsste es stehen, ich habe es irgendwie hervorgehoben, bereits mit Elisa beschäftigt, einem Dialogsystem. Und dieser Dialog ist der Original-Dialog, den ich hier entsprechend Ihnen gerade gezeigt habe. Das heißt also, wir beschäftigen uns schon ein paar Jährchen mit diesem Thema. Und tatsächlich nicht nur Weisenbaum, sondern es gab, und eine relativ eingeschränkte Form des Dialogs, der Interaktion, sondern tatsächlich auch, das ist aus dem Jahr 2016, vielleicht erinnern sich da auch noch einige von Ihnen daran, das war ein Twitter-Bot, der von Microsoft 2016 ins Netz gestellt wurde, nicht so lange im Netz geblieben ist, denn was Microsoft damals gemacht hat, war, dass der Twitter-Bot selbst aus dem sozialen Netz lernen sollte. Das heißt also, Thai hat die Interaktion mit anderen zum eigenen Lernen benutzt. Das heißt, es wurde nicht wie bei ChatGPT im Vorfeld gelernt und trainiert und dann erst ins Netz gestellt, sondern hier war ein Live-Training, ein Live-Training fand statt. Und Microsoft musste den Chatbot bereits nach einem Tag wieder aus dem Netz nehmen, weil dieser Chatbot nach relativ kurzer Zeit aufgefallen ist durch rassistische und sexistische Kommentare. Es sagt uns vieles darüber, wie wir im Netz miteinander umgehen. Microsoft sagte dann auch zur eigenen Entschuldigung, dass sozusagen einige Trolle, menschliche Trolle, natürlich Intelligenz also, dann versucht haben, Thai zu provozieren. Und das hat offensichtlich funktioniert. Was ChatGPT bzw. OpenAI mit ChatGPT diesmal richtig gemacht hat, wenn Sie ausprobiert haben, wenn Sie mal etwas Verbotenes ChatGPT gefragt haben, also wenn Sie beispielsweise mal gefragt haben, was ist der perfekte Mord, dann wird Ihnen ChatGPT ganz perfekt antworten, wird sagen, ich bin ein Chatbot und ich bin nicht für solche Fragen. Und das ist aber tatsächlich etwas, was eine KI nicht kann. Eine KI kann diese Unterscheidung nicht treffen. Eine KI trifft keine moralischen Entscheidungen, sondern das ist fest programmiert. Das hat jemand im Vorfeld ChatGPT beigebracht. Wenn solche Fragen kommen, dann antwortest du bitte so. Und einige Beispiele aus der Vergangenheit zeigen ja auch, dass man sozusagen nicht an alle Eventualitäten gedacht hat. Das waren so die ersten Meldungen, als einige erzählt haben, dass ChatGPT sich in sie verliebt hätte und Heiratsanträge gemacht hätte und Ähnliches. Also eine KI, gerade eine textgenerierende KI, bildet eben nur die Realität ab und ähnlich wie vielleicht ein stochastischer Papagei wird es ja auch manchmal bezeichnet. Schwieriger Begriff, vielleicht können wir darüber später auch noch sprechen, aber das, was ich damit sagen will, ist, dass es eigentlich gar nicht so neu ist, womit wir es gerade zu tun haben. Und auch die Frage KI, AI in Bildungskontexten ist tatsächlich so neu nicht. Dieser konzeptionelle Text ist aus 1973 und da haben die Kolleginnen und Kollegen auch schon darüber nachgedacht, wie man KI-Funktionalitäten, Dialogsysteme und Ähnliches sinnvoll auch im Bildungskontext einsetzen kann. Oh, das ist jetzt schade. Irgendwas stimmt mit meiner Präsentation nicht, weil wir die, da wird nämlich jetzt gerade die, nee, es ist gar keine Animation, sondern es ist einfach nur eine Übersicht. Das ist aber schade, dass die Übersicht jetzt fehlt. Das ist einfach nur, aber ich sehe es gerade, sie ist nicht in dem, ja, die Präsentation war auch in Ordnung, aber das Bild fehlt leider. Also Sie müssten sich jetzt hier, wir machen einfach weiter, Sie müssten sich jetzt hier ein Bild vorstellen, das auf komplexe Art und Weise zeigt, wie unterschiedliche KI-Systeme, ja, ist jetzt echt schade, welche unterschiedlichen KI-Systeme es gibt. Ich versuche es trotzdem so zu erklären, dass es möglichst gut verständlich ist, auch ohne jetzt die visuelle Unterstützung. Es gibt zwei grundlegende Herangehensweisen, nämlich das eine ist die symbolische KI, das sind die sogenannte distancebasierte KI oder auch ExpertInnen-Systeme. Knowledge Graphen ist vielleicht ein Begriff, den Sie auch kennen. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannte künstlichen neuronalen Netze, KNN. Und das ist das, was im Moment jetzt auch eher für Puro sorgt. Wir fangen mal mit den einfachen Formen der KI, der künstlichen Intelligenz an. Das sind Expertensysteme. Und hier haben wir es mit einem relativ alten Konzept zu tun, bei dem vielleicht auch einige von Ihnen sagen werden, das hat ja jetzt gar nicht wirklich etwas mit KI zu tun, gehört aber tatsächlich dazu. Expertensysteme sind festgeschriebene Programme, man könnte auch von Algorithmen sprechen, die nach einem entweder fallbasierten System oder jetzt in diesem Fall ein sogenanntes regelbasiertes System, also wenn dann Entscheidungen einen Programmablauf beziehungsweise eine Empfehlung aussprechen, Handlungsempfehlungen aussprechen, auf Basis bestimmten gesammelten, kumulierten Expertenwissens. Ein bisschen einfacher, ein bisschen verständlicher wird das Ganze, wenn man sich gerade in der Medizin die Kombination unterschiedlicher Symptome vorstellt, die dann einem Arzt oder einer Ärztin helfen können, eine Diagnose zu stellen. Also die sozusagen über die Kombination der Symptome und das Ausschließen bestimmter Symptome dann Empfehlungen aussprechen, welche Diagnose hier jetzt angebracht wäre. Das sind klassischerweise Expertensysteme, aber gar nicht so intelligent, in Anführungszeichen, nämlich weil, also auch die andere künstliche Intelligenz ist, ist nicht intelligent, ich nehme das mal vorweg, aber wir sehen das gleich, beziehungsweise ich hoffe, wir sehen das. In diesem Fall ist es aber so, dass es tatsächlich fest programmiert ist. Das heißt, diese Wenn-Dann-Prinzipien, diese Verbindungen sind fest programmiert und unterstützen lediglich als Expertensysteme, beispielsweise hier, das ist sozusagen die einfachste Form, in meinem Beispiel jetzt Ärztinnen und Ärzte. In diesem Fall ist es ein noch einfacherer Algorithmus, den ich Ihnen hier mitgebracht habe, aus The Big Bang Theory, vielleicht kennt das einige von Ihnen auch, in dem die Frage beantwortet wird, wie funktioniert ein Algorithmus, beziehungsweise wie koche ich Spaghetti, das beginnt hier oben, und dann sehen Sie hier die Aufforderung, fülle Wasser in einen Topf, erhitze das Wasser auf einem Herd, dann haben wir ein einfaches Entscheidungsfeld, kocht das Wasser nein oder ja und dann geht der Algorithmus einen bestimmten Weg. Das ist eine ganz einfache Form eines Algorithmus, das kann man jetzt ein bisschen komplizierter machen. An diesem Beispiel könnte man jetzt einen al dente Algorithmus noch ergänzen, also probiere die Nudel, ist sie al dente, nein und so weiter und dann geht es hin. Und das müssen Sie sich entsprechend in einer viel komplexeren Form vorstellen, dann haben Sie ein Expertensystem. Ein ganz praktisches Beispiel für ein Expertensystem ist, kennen Sie alle bei der Recherche, hier jetzt in diesem Fall bei der Google-Suche. Ich habe mich hier oben versehentlich vertippt, ich habe statt pH, habe ich PA eingegeben und Google fragt mich in dem Moment, meinten Sie, so hieß das früher, aber das ist sozusagen die Funktion, die dahinter steht, erhält auch Ergebnisse für pH. Sie meinten wahrscheinlich pH, denn das kenne ich, PA kenne ich nicht. Und da sehen Sie hier wieder sozusagen, das ist einer, das ist ein Aufweis dafür, dass sich im Hintergrund in dieser Suchmaske eine gewisse Normativität verbirgt, also ein gewisses Wissen verbirgt. Und das eben sind diese, das ist ein sehr praktisches Beispiel für sogenannte Knowledge Graphs, Wissensdatenbanken, Expertensysteme. Jetzt kommen wir zu den künstlichen neuronalen Netzen, also das, was im Moment gerade so interessant ist und Sie sehen schon allein von der Folie, es wird ein bisschen komplizierter. Absichtlich spricht man hier von neuronalen Netzen, weil man damit nahelegen möchte, dass es hier eine Verbindung von in Anführungszeichen Neuronen gibt. Tatsächlich gibt es diese Neuronen aber nicht. Wir haben es hier mit mathematischen Formeln zu tun und Wahrscheinlichkeiten. Also nicht mit Neuronen, wie wir es hier in einer animierten Form im menschlichen Gehirn kennen. Sie wissen ja, wenn Menschen lernen, dann ist es so, dass Synapsen sich verbinden über, also Gehirnzellen verbinden sich über Synapsen, eben diese Neuronen und darüber eine Verbindung herstellen. Ich bin kein Biologe, sozusagen, wenn Biologen da sind, können die es bestimmt noch viel präziser erklären. Und hier vom Prinzip her soll es ähnlich funktionieren. Wir haben hier bei künstlichen neuronalen Netzen mehrere Schichten. Ich erkläre es mal am Beispiel der Bilderkennung, also nicht am Beispiel der Bildgenerierung, sondern am Beispiel der Bilderkennung, also der Mustererkennung, weil sie es da tatsächlich am einfachsten erklären lässt. Sie sehen hier, ich hoffe, Sie sehen es, Bilder von Papageien. Und hier wäre jetzt eigentlich ein anderes Bild, das leider nicht da ist, warum auch immer. Und diese Papageien werden als Papageien von, in einer menschlichen Intelligenz, als Papageien erkannt und entsprechend bewertet. eben mit diesem Häkchen hier, währenddessen dieses Bild eben kein Papagei ist und deswegen nicht als Papagei bewertet wird. Was die Maschine nun macht, ist, dass sie, und deswegen sozusagen die Idee mit den Neuronen, dass sie die Verbindungen zu den Papageienbildern verstärkt, währenddessen die Verbindungen zu den Nicht-Papageienbildern nicht verstärkt werden. Und das ist tatsächlich so, dass es hier nicht darum geht, dass tatsächlich Neuronen gebildet werden, sondern wie schon gesagt, so wie das im menschlichen Gehirn passiert, sondern hier Wertigkeiten entstehen. Das heißt also, dass Wahrscheinlichkeiten berechnet werden und ausgegeben werden, wenn das Bild zum jeweiligen Muster, jetzt in diesem Fall das Papagei-Muster passt, dann ist der Wert höher, also die Wahrscheinlichkeit höher, ist der Wert geringer, dann handelt es sich nicht um ein Papageienbild. Und das auf mehreren Schichten, sehr komplex, ermöglicht der Maschine, bestimmte Bilder, die ähnlichen Mustern entsprechen, als Papagei zu erkennen. Und in einer ähnlichen Form, das ist tatsächlich sehr kompliziert, wir gucken auch alle sehr aufmerksam, das ist wunderbar, in einer ähnlichen Form geschieht das auch bei der Generierung von Texten, von Bildern, Texten schauen wir uns gleich an, aber ich zeige Ihnen erst noch mal ein Beispiel für diese praktische Bilderkennung. Das ist eine glückliche, eine glückliche Gelegenheit hatte ich im März, da saß ich nämlich zum Lunch mit ein paar KollegInnen aus der Medizin und aus der Informatik, die gerade an einer Studie arbeiten, nämlich die untersucht haben, ob die die Fähigkeiten einer KI-Bilderkennung ähnlich gut ist, wie die Fähigkeiten einer Radiologin oder eines Radiologen. Und das ein unglaublich interessantes Ergebnis, fand ich, ist, dass die, also Sie fanden, also die Ergebnisse können Sie auch nachlesen, hier unten habe ich die URL der Studie, das Ergebnis war tatsächlich, dass die Unterschiede nicht signifikant waren. Das heißt also, die KI-Bilderkennung war nach dem entsprechenden Training genauso zuverlässig respektive unzuverlässig, also es gab genauso viele False-Positive wie False-Negative-Erkennungen wie die RadiologInnen. Und das macht, das kann tatsächlich dann auch Hoffnung machen, weil wenn wir nämlich das entsprechend weiterdenken, dann kann man sagen, okay, wenn jetzt die, wenn es nicht darum geht, die KI gegen den Menschen auszuspielen, sondern die KI mit dem Menschen gemeinsam zusammenarbeitet, dann hätten wir die Möglichkeit einer zweiten Meinung in diesem Moment. Und vielleicht dadurch ein besseres Ergebnis. Sie sehen das hier, es ist ganz, das ist der übliche Ablauf, also es wird ein MRT gemacht, der Radiologe interpretiert es, jetzt in diesem Fall, jetzt in diesem Beispiel der Urologe, macht dann eine Biopsie und kann über die Biopsie dann entsprechend das Ergebnis einschätzen. Aber eine Biopsie ist alles andere als angenehm. Das heißt, was man minimalinvasiv machen kann, also was man entsprechend bereits über ein MRT machen kann und entsprechend mit einer großen Sicherheit, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, mit einer großen Zuverlässigkeit auch auswerten könnte, wäre natürlich für Patientinnen und Patienten viel angenehmer. Also eine praktische Anwendungsmöglichkeit gleich dieser Bilderkennung. Und hier habe ich schon vorweggenommen, mit dem Textgenerator funktioniert das ähnlich, nur habe ich da eine entsprechende Muster sind dann nicht die Bilder, also Papagei, Hund oder nicht, Papagei, sondern entsprechend unsere Sprache folgt ja auch einem gewissen Muster, einer Satzstruktur. Worte folgen einer gewissen Struktur und die Maschine bildet diese entsprechend hier einfach nur ab. Hier wird es noch ein bisschen deutlicher, glaube ich. Genau. Hier haben wir nämlich mal den Satz nachgebildet. The best thing about AI is ability to learn from experience. und das ist ein Satz, der einfach nur auf und Sie sehen hier das Verb wird entsprechend nach Wahrscheinlichkeiten berechnet. In dem Trainingsmaterial, das der Maschine zur Verfügung gestellt wurde, waren diese Kombinationen am wahrscheinlichsten. Das ist alles. Mehr nicht. Aber trotzdem mit faszinierenden Ergebnissen, wenn Sie mal mit JetGPT oder auch gerade jetzt mit der 3.5, das ist ja die kostenlose Version, wenn Sie mit der 4.0 mal probiert haben und es gibt noch andere Large Language Models, die noch performanter sind, wenn Sie damit schon rumgespielt haben, es ist faszinierend, was dabei auch rauskommen kann. Und manchmal auch faszinierend, was für ein Blödsinn da noch wieder rauskommt. Das ist wieder eine andere wichtigste. Also was ich sagen will, wir haben ein halbes Jahrhundert Forschung zu KI und hier, ich will gar nicht so auf die ganzen Details eingehen, was ich sagen möchte, ist generative KI ist nicht sozusagen alles, sondern da denken Sie an wissensbasierte Systeme, Expertinnen-Systeme, die ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, die Musteranalyse, die Bilderkennung, die ich gerade beispielhaft gezeigt habe, die Mustervorhersage entsprechend auch, die Robotik, die Textgenerierung ist hier gar nicht dabei und entsprechend auch die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Also KI ist weit mehr als das, was wir mit ChatGPT kennengelernt haben in den letzten Jahren. Und selbst wenn man hier auch mal weiterschaut, das ist eine der Folien, die ich auch in der Vorlesung benutze und ich könnte die eigentlich tagtäglich könnte ich hier anpassen, vor allem, wenn man noch die einzelnen Produktbezeichnungen noch ergänzt. Ich möchte noch mal auf einen größeren Weitwinkel, auf eine größere Weitwinkelperspektive kommen, denn es geht ja, heute ist ja die erste Veranstaltung und die Idee ist ja eine Weitwinkelperspektive auf KI zu setzen. Und wenn wir uns mal anschauen, was unterscheidet eigentlich oder was macht eigentlich ein intelligentes Lebewesen aus, dann ist es die Fähigkeit, unter anderem, ein Werkzeug zu benutzen. Und wir Menschen haben das insofern perfektioniert, heißt, dass wir sogar Werkzeuge haben, die mit einem Motor betrieben unsere Kraft potenzieren können. Mit allen positiven Möglichkeiten. Also denken wir beispielsweise an Kraftfahrzeuge, denken wir an Züge, Flugzeuge und ähnliches. Das heißt also, wir haben Werkzeuge, technische Innovationen, die uns die physische Arbeit erleichtert haben. Man kann da durchaus noch mal Respekt davor haben, Chichen Itza zum Beispiel in Mexiko, was für eine Mühe das gewesen sein muss, diese Gebäude, diese Steine, Massen zu bewegen alleine und das auch noch zu bauen. Also wenn sie da mal, früher konnte man da tatsächlich noch hochsteigen, mittlerweile darf man das nicht mehr, weil es zu gefährlich ist, mal runterfällt. Wenn sie da mal oben waren, das ist faszinierend einfach. Oder hier habe ich die Petronas Towers in Malaysia aufgenommen, Kuala Lumpur ist das. In dieser Stadt kommt ganz klassische Architektur mit diesen Petronas Towers zusammen, die die größten Zwillingstürme der Welt sind. Und ich glaube an die 400 Meter hoch genau weiß ich es gerade nicht auswendig. Das ist etwas, was man mit Werkzeugen bauen kann, mit technischen Werkzeugen. Und wenn man das jetzt mal überträgt, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann ist es eigentlich nur so, dass KI unsere geistige Arbeit unterstützen kann. Und wir wahrscheinlich gerade im Moment noch relativ am Anfang sind dieser Unterstützung. zunken. Wenn man das jetzt mal überträgt, also Werkzeuge, technische Werkzeuge haben unsere physische Arbeit unterstützt, KI unterstützt unsere geistige Arbeit. Mit allen Möglichkeiten und Schwierigkeiten natürlich dann in dem Moment auch. Und jetzt ist ja KI nicht die erste Innovation, die erste Medieninnovation, die erste technische Innovation, die geistige Arbeit unterstützt. Sie kennen ja garantiert noch einige weitere. Hat jemand eine Idee, was ich damit meine? Was gibt es für Werkzeuge, die wir eigentlich schon lange nutzen, die unsere geistige Arbeit unterstützen? Ja? Genau, ja? Ja, gerne weiter. Was fällt Ihnen noch ein? Online sind Taschenrechner gemacht? Taschenrechner, natürlich, ja. denken Sie ruhig mal weiter. Was gibt es noch für Beispiele? Super Beispiel, die Schrift, die Schrift, ein unglaublich performantes Werkzeug, kann man sagen, die uns die geistige Arbeit erleichtert. Ja, genau. Buchdruck, ja, zum Beispiel. oder auch Wikipedia. Also, tatsächlich mal weiter. Aber, ja, Sie wollen doch, Datenbanken, genau. Also, das heißt, Sie sehen, wir haben eine Vielzahl von Werkzeugen, die uns die geistige Arbeit erleichtern, angefangen bei der Schrift, die sich eigentlich einreihen in diese, ja, in diese technischen Innovationen. was mich zu der Überlegung führt, können wir vielleicht als Gesellschaft, im Moment ist es ja so, dass ganz viele darüber nachdenken, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser KI, wie gehen wir damit um? Und meine Überlegung ist, können wir vielleicht als Gesellschaft aus den erfolgreichen Adaptionen der bisherigen Werkzeuge lernen? und ich würde es so beantworten, ja, wir könnten es zumindest mal probieren. Fangen wir mal mit der Schrift an, die Sie gerade genannt haben. Bisher war es ja so, dass vor der Schrift es entscheidend war, ich brauchte räumliche Nähe und ich brauchte eine zeitliche Synchronicität, um zu kommunizieren. Und die Schrift ermöglichte nichts Geringeres als die Aufgabe von Zeit und Raum, könnte man sagen. Die Schrift ist ein Speichermedium, so könnte man es sehen. Und ein ziemlich performantes Tool für geistige Arbeit. Und wir nutzen sie ganz selbstverständlich. Aber, und das wird beim Buchdruck noch ein bisschen deutlicher, der Buchdruck hat es geschafft, die Innovation der beweglichen Lettern, Gutenberg und so weiter, kennt man alles, tolles Museum in Mainz, also wenn sie da sind, unbedingt mal vorbeigehen. Und da liegen auch die großen Folianten und da stellt man dann fest, was für eine Arbeit das gewesen sein muss, einen solchen Folianten herzustellen. Und natürlich war dann klar, dass das Wissen auf die Personen begrenzt war, die sich so etwas leisten konnten. der Buchdruck, die beweglichen Lettern, die Innovation der beweglichen Lettern als eine technische Medieninnovation war die Möglichkeit, das Wissen der Welt zu demokratisieren, weiterzugeben an jeden. Jede und jeder hatte die Möglichkeit, auf Wissen zuzugreifen. Aber Voraussetzung war Literalität, alphabetisiert sein. Das heißt, Menschen mussten lesen können, um an diesem Wissen teilhaben zu können. Wer nicht lesen kann, hat nichts vom Buch, das im Regal steht. Und ein bisschen ähnlich ist es heute auch wieder. Also die Geschichte wiederholt sich. Das wäre zumindest meine These. Denn wenn wir weiterdenken über die Medieninnovationen, die wir alle in den letzten Jahren erlebt haben, mitgestaltet haben, neue Medien, Multimedia, digitale Medien, Social Media, haben ja alle entsprechend Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gehabt. Wir haben gelernt, damit umzugehen und haben einen guten Weg gefunden, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, wir können das mit KI auch. Das ist meine These. Also, KI verändert unsere Welt, aber wie gehen wir nun damit um? Mal kurz drei Strategien, wie wir typischerweise mit Medieninnovationen umgehen. Und interessant war, dass sie, oder sie können ja mal im Geiste eine andere Medieninnovation durchgehen und das eigentlich wiederholt sich immer wieder. Das ist das Interessante. Erstmal Geh- und Verbote. Das erste, was Italien gemacht hat, Chat-GPT gesperrt. Man konnte das nicht aufrufen. Danach haben sie wieder geöffnet. Und Normierungen, es gibt einige Normierungen schon vor Chat-GPT, vor der Aufmerksamkeit, um künstliche Intelligenz, ethische Leitlinien, die gerade im Moment entwickelt werden. Der AI-Act der Europäischen Union ist ein wunderbares Beispiel dafür, in dem man versucht, wie man versucht, auch das gesamte Thema KI entsprechend zu normieren und zu organisieren. Sagen wir es mal so. Technische Unterstützung ist der nächste Punkt und letzten Endes dann mein Lieblingsthema Medienbildung. Also wenn wir selbst persönlich einen Weg finden, damit umzugehen. Schauen wir mal kurz rein in ein paar Beispiele. Regulierungsinteressen, hier das Beispiel von Italien, da hatte ich aufgenommen, als Italien wieder zurück war. Bis hin zu Forderungen, zu KI-Moratorien, weil man das hätte ja wirklich nicht voraussehen können. Zweifel dran. KI-generierte Bilder, die Springer Nature verbannt beispielsweise. Also das heißt, es ist hier vieles im Fluss und auch noch vieles zu normieren und vieles zu regeln. Und interessant irgendwie auch da ist doch wie immer wieder, dass viele technische Innovationen, viele Medieninnovationen immer wieder diesen Weg gehen. Ich habe Ihnen hier mal beispielhaft einmal das Buch, das tatsächlich auch einmal kritisiert wurde. Viele von Ihnen kennen es. Aber es begann bereits mit der Eisenbahn. Die Menschen hatten Angst, damals mit der Eisenbahn zu fahren, weil die Eisenbahn schneller fährt als 30 Stundenkilometer. Das war das schnellstmögliche, was man damals kannte, weil das war ein Pferd im Galopp. Und deswegen hatte man Angst darum, mit der Eisenbahn zu fahren, weil es schneller ist. Und was machen wir heute? Wir fahren 300 mit der Eisenbahn. Das ist noch eine relativ langsame deutsche Eisenbahn. Beim Buch war es ähnlich. Aber ich muss jetzt nicht hier sozusagen in die Details gehen. Wir wollen uns ja gleich auch über KI unterhalten. Gesellschaftliche Normierung. Ich habe Ihnen hier einfach mal so ein paar Stichworte mitgebracht von Erklärungen, Normierungsversuchen und ethischen Leitlinien, die auch teilweise auch schon vor dem KI-Sommer, den wir gerade erleben, dann vereinbart wurden. das wohl interessanteste gerade aktuell der AI-Act der Europäischen Union, wie gerade schon erwähnt. Das heißt also, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter denken in diese Richtung. Es gibt aber auch technische Unterstützungsmöglichkeiten, wie man mit KI umgehen kann. Eine der interessantesten, wird in der Informatik schon sehr lange diskutiert, ist sogenannte Explainable KI. die Idee dahinter lässt sich relativ einfach erklären. Es ist ein bisschen so wie ein Taschenrechner, der Ihnen nicht nur das Ergebnis gibt, sondern Ihnen den Rechenweg zeigt. So kann man es, glaube ich, ganz gut verstehen, was dahinter steckt. Das heißt also, die KI muss Auskunft geben über ihre Trainingsdaten, über die Quellen, aus denen sie entsprechend beispielsweise bei der Textgenerierung den Text generiert hat und über Rechenwege und Ähnliches, wenn sie Ergebnisse präsentiert. Eigentlich das, was wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Im Prinzip genau das nachweisen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Ganz interessante Sache. Hat ein Problem tatsächlich. Wir haben es ja, als Beispiel ist ja Large Language Models, oder Big Data. Wir haben es mit also unfassbar großen Mengen an Informationen zu tun, die natürlich auch, wenn sie von der Maschine reduziert werden, immer noch so komplex sind, dass sie möglicherweise für Menschen zu schwierig zum Nachvollziehen sind. Also das heißt, da kommt selbst diese technische Lösung kommt dann an ihre Grenzen an einem bestimmten Punkt. Und das führt mich zur Medienbildung beziehungsweise zum, um es etwas allgemeiner zu formulieren, da gibt es ja verschiedene Leitbilder, die man da formulieren kann, letzten Endes um gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, nur in einer Welt eben, die durch Mediatisierung, Digitalisierung und KI geprägt ist. Was in letzter Zeit, Sie haben es bestimmt auch schon gehört, immer wieder aufkommt, ist der Begriff, wir brauchen eine KI-Kompetenz. Wir werden ja zum Beispiel auch im letzten Vortrag dazu auch etwas hören über KI-Kompetenz oder es wird Medien- und KI-Kompetenz gefordert, da wird sogar unsere Medienkompetenz mit der KI-Kompetenz zusammengebracht, was ich dann ganz komisch finde. Aber wenn man jetzt mit dem Wissen, was wir gerade uns erarbeitet haben, gemeinsam über KI mal spitzfindig an die Frage nach KI-Kompetenz geht, dann frage ich mich persönlich und vielleicht geht es Ihnen ähnlich, inwiefern können wir in etwas kompetent werden, was wir gar nicht vollumfänglich einschätzen können. Ist das überhaupt möglich, also gegenüber einer Blackbox kompetent zu sein? Ich habe da Zweifel, ob das funktioniert. Aber auch das wäre, glaube ich, ein interessantes Thema, über das wir noch weiter diskutieren können. Deswegen haben wir uns hier im Hause im Rahmen der Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogie, das ist eine Online-Zeitschrift, die wir hier im Hause herausbringen, jedes Jahr, sind wir ein bisschen stolz drauf, seit 20 Jahren Online und Open Access natürlich, mit den Leitbildern beschäftigt, die im Moment so durch das Land gehen, unter anderem auch KI-Kompetenz und letzten Endes festgestellt, dass ganz viel, was in diesen Leitbildern Informations- und Nachrichtenkompetenz oder digitale Souveränität, könnte man ähnlich darüber diskutieren wie über KI-Kompetenz, eigentlich wir gar nicht so weit davon entfernt sind von unseren traditionellen Leitbildern wie Medienbildung oder Medienkompetenz. Aber mit einer Schwierigkeit, das subjektive Medienkompetenz, das war das, was wir in der Medienpädagogik lange hochgehalten haben und auch bis heute tun, nämlich das Wichtigste, dass Kinder und Jugendliche, eigentlich alle Menschen, wissen, wie man mit Medien sachgerecht umgeht, zunehmend an seine Grenze kommt, nämlich, wenn wir es mit einer Blackbox zu tun haben. Wie beispielsweise mit KI. Das heißt also, wie kann ich mit etwas kompetent umgehen, das sich mir entsprechend nicht in der Weise offenbart, in der es vielleicht nötig wäre. Das heißt, Sie sehen, eigentlich bräuchten wir alle drei Strategien. Wir brauchen Normierungen, risikobasierte, wie das zum Beispiel jetzt die EU auch macht. Wir brauchen technische Lösungen, die uns helfen zu verstehen, was macht die KI da eigentlich. Und wir müssen es entsprechend selbst verstehen können, hinterfragen können und durchschauen, idealerweise. Und das führt mich zu einem der letzten Folien. wenn ich frage Studierende oder auch draußen auf der Einkaufsstraße, was ist eigentlich Medienkompetenz, dann bekomme ich gar nicht selten die Antwort, das ist die Kompetenz, Medien bedienen zu können. man muss Medien bedienen können. Und da denke ich immer darüber nach, was ist das eigentlich für ein komisches Wort, womit wir es da zu tun haben. Medien bedienen. Also wir Menschen bedienen Medien. Man könnte auch sagen, wir Menschen dienen der Maschine. Und tatsächlich kommt es daher, nämlich aus der Zeit der Industrialisierung, in der die Maschine der teuerste Produktionsfaktor war und in der es tatsächlich wichtig war, dass die Maschine am Laufen blieb. Und wir uns, wir Menschen uns, der Maschine entsprechend unterordnen mussten. Und ich frage mich aber dann, sind wir heute noch in einer Zeit, in der das überhaupt noch sinnvoll ist? Wir sagen das so, wir bedienen ein Gerät, wir bedienen ein digitales Medium, wir bedienen eine Maschine. Der Operator zum Beispiel, die Operatorin, das ist auch so ein ähnlicher Begriff, auch schon ein bisschen angestaubt, aber meint im Prinzip dasselbe. Ist das eigentlich noch sinnvoll? Oder sollten wir hier nicht eher umdenken und mit Blick auf die Medienkompetenz uns darauf konzentrieren, was ist eigentlich, was macht uns gesellschaftlich handlungsfähig in einer solchen Welt? Und brauchen wir nicht mehr Technik, die diese Logik umdreht, die nicht von uns Menschen bedient wird, sondern die uns ermöglicht, sie entsprechend unseren eigenen Interessen mündig zu nutzen? Und es ist klar, ich hatte es ja vorweggenommen, das war ja eigentlich die Einstiegsfolie, ja schon, generative KI verändert, verändert die Welt. Und erst mal natürlich auch die Erwerbsarbeit. Jetzt sitzen hier wahrscheinlich ganz viele, wir sind an der pädagogischen Hochschule, ganz viele Pädagoginnen, Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrerangehende Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich auch. Und die Frage ist natürlich auch, wie verändert das eigentlich unsere Welt, unsere Bildungswelt, unsere pädagogischen Kontexte? Und definitiv wird es die Welt verändern, die International Labour Organisation hat das entsprechend nachgewiesen bereits, hochgerechnet perspektivisch, dass KI die Art, wie wir arbeiten, in hohem Maße verändern wird. Wenn man das ins Verhältnis setzt oder auch wieder mal lernt aus der Geschichte, schaut, wir haben eigentlich technische Innovationen, Werkzeuge, motorbetriebene Werkzeuge war ja mein Beispiel, unsere Welt verändert, unsere Arbeitswelt verändert, dann sind dort vor allem die sogenannten die Berufe, die eher im Low-Skill-Bereich angesiedelt sind, sind weggefallen. Und anspruchsvolle Berufe gab es weiterhin. Und hier sehen wir im Prinzip eine Wiederholung der Geschichte, also wieder eine Wiederholung der Geschichte. die Low-Skill-Jobs durch Maschinen ersetzt wurden und wahrscheinlich, ich habe ja keine Glaskugel, deswegen will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster wagen, aber wahrscheinlich wird die menschliche Arbeit, die menschliche geistige Arbeit auch durch KI weiter aufgewertet, analog dazu. und meine Quintessenz daraus ist, jetzt sich für ein Pädagogisch Studium oder für ein Lehrerinnen-Lehrer Studium zu entscheiden, ist definitiv eine gute Wahl, weil da sind sie an der Quelle dessen aus Low-Skill-Jobs High-Skill-Jobs zu machen. Aber gleichzeitig ist natürlich KI, verändert KI unsere Welt, unsere Kommunikation, unsere Kollaboration, die Möglichkeit, wie wir Informationen recherchieren und so weiter, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und deswegen ist natürlich KI auch wie digitale Medien, wie digitale Technik auch ein ganz wesentlicher Inhaltsaspekt im Bildungsbereich. Das heißt, wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Und hier habe ich mal, aber ich denke, das ist etwas, was wir für die Diskussion uns gleich aufsparen können. Hier habe ich ihn mal zusammengetragen, das kann man aber in einem Artikel, da habe ich gleich noch eine Literaturliste für Sie, für diejenigen, die da noch weiterlesen wollen, kann man da noch mal genauer nachlesen. Vielleicht diskutieren wir auch über exakt diese Punkte, da habe ich mal exemplarische Potenzialen, exemplarische Herausforderungen, zusammengetragen, am Beispiel der generativen KI und habe das mal auf, mal unterschieden in Bezug auf das erste Beispiel auf Informationen, Recherche und Wissensgenerierung, im weiteren Beispiel auf Schule und Unterricht und da würde ich besonders gerne auf den Vortrag des Kollegen Christian Spannagel hinweisen, der am 5. Juni hierher kommt und das über die Lernbuddies erzählt, nämlich das ist, finde ich, eine der größten Potenziale gerade für den Bereich Schule und Unterricht, im Übrigen auch dieses Projekt aus 1975, an dem ich da gesprochen habe, war im Prinzip konzeptionell genau das hier und auch ein schönes Buch vom Kassler Kollegen Olaf Axel-Buro, sehr schön praxisorientiert, der noch mal abrechnet mit der alten Pauk- und Repetierschule und sagt, jetzt KI ist die Chance für uns eben aus dieser Falle herauszukommen und da sozusagen nachdenkt, aber natürlich auch für Hochschule und Schule, für Hochschule und Universität einige Potenziale und natürlich auch Herausforderungen, über die wir immer wieder auch sprechen bietet. Das wären so die Themenbereiche, über die man noch im Detaillierten sprechen könnte und natürlich die Content-Produktion, aber für hier, für diesen Kontext weniger interessant. Zusammenfassend, KI beeinflusst unsere Kommunikation und Kollaboration und unseren Zugang zu Informationen, unserem Umgang mit Wissen und so weiter und dadurch unsere Gesellschaften und Kulturen. Ähnlich wahrscheinlich wie technische Werkzeuge, die das bisher gemacht haben mit der körperlichen Arbeit, nur noch mal in einer umfassenderen Form auch für geistige Arbeit, als wir es bisher kennen. Man könnte es ein bisschen positiver formulieren, man könnte auch sagen, was da entsteht, sind neue kulturelle Handlungsräume und Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten, unseres Handlungsrepertoire. Marshall McLuhan hat das mal schön genannt, Extensions of Man und glaube, ich wäre ganz begeistert, wenn er sehen könnte, heute, welche Extensions damit verbunden werden. Die Konsequenz aber ist, wir brauchen eben nicht nur Literalität, die vorhin erwähnte, und die uns so wichtige Medialität, sondern eben auch den Umgang mit Digitalität in Verbindung mit KI als Innerheitsbereich. Also kurz gesagt oder einfach gesagt, wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Und damit ist dieses eigentlich sehr technische Thema eine Bildungsaufgabe, eine wesentliche. Und eine gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, das wurde ja auch schon in den Numierungen deutlich. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Empfehlungen zum Weiterlesen und für diejenigen, die gerne lieber weiterschauen als weiterlesen, das ist eigentlich eine Serie für meine Studentinnen und Studenten, die heißt Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Das ist tatsächlich wahr. Ich sitze im Schaukelstuhl meines Europas, der Schaukelstuhl ist älter als ich und quietscht noch ein bisschen, knarzt noch mehr als ich selbst. Und die Idee dieser Serie ist anders als hier beispielsweise bei Vorträgen, dass ich versuche, sozusagen komplexe Dinge möglichst einfach auch darzustellen. Ist eine ganz nette Serie und da habe ich ein paar Videos auch zu KI gemacht. Also das heißt, wenn Sie noch nicht genug haben sollten, dann wäre das eine Möglichkeit, noch weiter zu schauen. Und an dieser Stelle erst einmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Vorbeikommen, fürs Zuhören und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Kurz für alle zu Hause und auch hier, wir werden die Folien mit Ihrer Erlaubnis natürlich online bei uns auf der Website, also wo man auch Veranstaltungen findet, bereitstellen, sodass man eben gerade Literatur nochmal nachlesen kann oder eben dann direkt die Links zu Ihrer Veranstaltung nutzen kann und eben angucken. Dann haben Sie also alle Zugriff da drauf und können noch ein bisschen weiterschauen. Aber vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Da steht es dahinter, aber ist egal. Genau, wir können eine Frage, oder es sind erstmal Fragen, die zum Vortrag oder jetzt an Knaus direkt sind, ja, genau. Ich würde diesen Würfel dann hier rumgeben, weil dann hört man sie zu Hause, also online auch und hier im Raum noch ein bisschen besser einfach vor sich zu stellen. Ja, lieber Herr Knaus, mir hat besonders gut gefallen, den Bogen sehr weit zu spannen, auch historisch und Innovationen ins Spiel zu bringen und durch Maschinen sind wir als Kulturen sehr viel leistungsfähiger geworden und können Hochhäuser bauen und was auch immer und durch die künstliche Intelligenz haben wir jetzt auch eine massive Leistungssteigerungen, weil ein Mensch kann vielleicht am Tag ein Buch lesen, die künstliche Intelligenz, die kann in einer Sekunde 100.000 Bücher lesen und diese enorme Leistungsfähigkeit, die müsste uns ja insgesamt als Menschheit sehr viel leistungsfähiger machen, Sie haben gesagt, im geistigen Bereich und wir können von Routine oder von Standardaufgaben entlastet werden, das kann die KI für uns übernehmen und wir würden da durch ja ganz viele Freiräume auch gewinnen für kreativere Aufgaben. Das ist so das globale ganze Bild und jetzt wäre die Frage, wie oder in welchen Entwicklungssprüngen wir jetzt also mit dieser zusätzlichen Unterstützung uns jetzt zukünftig weiterbewegen werden, also welchen Segnungen dürfen wir entgegensehen jetzt mal ganz positiv gewendet? Ja, vielen Dank. Also es ist genauso, wie Sie sagen, das heißt, heißt, wir werden durch KI im Kontext unserer geistigen Arbeit werden wir mehr leisten können. Der Übertrag mit dem, also das Bild mit dem Hochhaus war tatsächlich auch genauso gedacht, wie Sie es gelesen haben, nämlich sozusagen, dass wir tatsächlich kreativer werden können durch diesen erst einmal stochastischen Papagei, weil er uns Freiräume gibt, die wir bisher nicht hatten. Ein bekannter Englischdidaktiker hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, der hat es nämlich am Beispiel des Berufs des Übersetzers gesagt, nämlich nicht wenige ÜbersetzerInnen und Übersetzer haben ja durch Diepel und andere ähnliche, die sind ja wirklich sehr performant, durchaus auch Ängste um ihre Zukunft, anders als bei PädagogInnen und LehrerInnen, aber er sagt, das gibt uns die Möglichkeit, vom Akkordarbeiter zum Gutachter zu werden. Das heißt also, die Übersetzung beispielsweise, also die harte Übersetzungsarbeit, also die Maschine eine erste Übersetzung machen zu lassen, einen ersten Entwurf, den dann der Übersetzer entsprechend verbessern kann und darüber sozusagen Raum für Kreativität bekommt. Wo Textgeneratoren zum Beispiel sehr intensiv schon eingesetzt werden, ist der ganze Bereich der Programmierung, der Software Programmierung. Das funktioniert nämlich richtig gut. Der ist nämlich hochgradig standardisiert und das kann die Maschine richtig gut. Findet sogar die Fehler unglaublich schnell. Das Debugging, also das Fehlersuchen bei Computerprogrammen war wirklich furchtbare Arbeit. Dokumentation und ähnliches. Ganz furchtbare Arbeit für Programmiererinnen und Programmierer und gibt den Programmiererinnen und Programmierern jetzt die Chance, eben nicht zu Coden die ganze Zeit, sondern sich darauf auf die Funktionalität der Software zu konzentrieren und eher als Entwickler sich zu verstehen als als Coder. also als Gestalter und nicht als jemand, der ähnlich wie ein Fliesenleger Akkordarbeit macht, nur eben geistige Akkordarbeit. Und tatsächlich sehe ich darin ein enormes Potenzial, das uns Freiräume bieten kann. Ich will gerade einen Begriff aufgreifen, den Sie genannt haben, dass wir zum Gutachter werden, also andere Möglichkeiten haben. Da denke ich manchmal jetzt gerade, um eine Gutachtertätigkeit zu machen, brauche ich ja selber schon Wissensstrukturen, die ich als Mensch jetzt nicht so schnell aufbaue, wie jetzt irgendwelche KI-Möglichkeiten. Das heißt, ich sehe manchmal also einen Zwiespalt oder eine Diskrepanz zwischen dem, wenn wir jetzt als Personen, die in ihrem Metier sehr lang schon Wissen aufgebaucht haben, Strukturen sowieso begutachten, da hat man es leichter, um zu sehen, was wird jetzt zum Beispiel auch von der KI produziert, macht es Sinn oder ist es nur sozusagen viele schlagkräftige Argumente hier zusammengefasst, während wenn ich jetzt mal an Jugendliche oder aber auch Studierende denke, die ja erst einmal in dem Prozess sind, diese Strukturen aufzubauen und sich dann zu schnell anhand von vorgegebenen Produkten der KI orientieren und das sozusagen nur deskriptiv übernehmen, da habe ich manchmal ein bisschen Sorgen, ob diese Strukturen sich dann überhaupt ausbilden, weil wir Menschen sind eben nicht so schnell und effizient, wobei ich sagen würde, die Effizienz ist nicht immer das, was wir wirklich wollen, wir wollen ja auch Irrwege machen, lernen, geht halt nicht so auf dem schnellen Weg, das ist halt etwas, was Zeit braucht, Engagement braucht, da habe ich noch immer ein bisschen Bauchkrimen, wie läuft es ab, vielleicht haben Sie da eine Lösung davor, da kommt gleich noch was dazu, nee, ich gerne, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen und ich sehe tatsächlich auch genau darin ein großes Problem, wir dürfen nicht zu ungeduldig werden und wir dürfen sozusagen diese Übung, die es auch erfordert, also erstmals bevor wir zum Gutachter werden, die brauchen wir auch, das heißt also tatsächlich wäre es ein Problem, wenn man argumentieren würde, ich habe das tatsächlich auch von Seiten von Studierenden auch schon gehört, warum soll ich mich jetzt darüber, also ich glaube bei Schülerinnen und Schülern ist es dann ähnlich, warum soll ich mich jetzt damit quälen, die KI sagt das doch schon genau so. Jetzt übertrage ich habe, in der dann StudentInnen gesagt haben, na warum soll ich das nochmal anders schreiben, als es hier im Handbuch oder im Lehrbuch steht, da steht es doch schon perfekt, das kann ich doch einfach zitieren und dann mache ich sozusagen meine Bachelorarbeit besteht dann aus wörtlichen Zitaten, die aneinandergereiht sind. Wir alle kennen ja diese Arbeiten also es gibt sie ja manchmal dann auch die Lösung kann eigentlich nur sein deutlich zu machen dass das keine wissenschaftliche Arbeit ist in diesem Beispiel jetzt genauso auch dass es keine Lösung ist für Schülerinnen und Schüler einfach nur Dinge wieder zu geben wieder wieder zu keulen sondern tatsächlich auch wenn es die Maschine mir einen Großteil abnimmt das eigene Denken nicht zu vernachlässigen aber das ist ne und deswegen sage ich das ist eine ganz wichtige pädagogische Aufgabe Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer also nicht nur die inhaltliche Aufgabe sondern auch eine methodische Aufgabe wie gehen wir mit dieser Medien Innovation um ich sage jetzt mit Absicht Medien Innovation weil wenn wir nämlich auch da ist versucht in diesem Vortrag immer wieder auch Parallelen zu ziehen zu anderen Medien Innovation und man könnte jetzt da zu ihrer Frage könnte man jetzt eine schöne Parallele ziehen beispielsweise zur Wikipedia wir haben ähnliche Diskussionen gehabt vor und ähnliche Befürchtungen auch vor 10 15 Jahren gehabt als die Wikipedia aufkam und an denen auch an unseren Hochschulen viele der KollegInnen befürchtet haben wenn es jetzt die Wikipedia gibt dann muss ja keiner mehr muss ja keiner mehr was lernen man kann ja alles nachschauen ich würde trotzdem sagen dass wir gelernt haben mit dieser Möglichkeit umzugehen und sie einfach nutzen wenn ich schaue wie ich heute arbeite dann nutze ich die Wikipedia auch als Einsprungspunkt in ganz neue Themen geben aber ich höre dann nicht auf also ich das Ende nicht bei den Dingen die in der Wikipedia stehen sondern nutze sie als weitere Möglichkeiten Anschlusspunkte um noch mal weiter zu recherchieren um vielleicht in der Literatur zu schauen und mich genauer einzulesen und das was wir weitergeben müssen ist meines Erachtens also das ist die Antwort auf Ihre Frage als das die pädagogische Aufgabe die wir weitergeben müssen wir haben zwar performante Tools aber wir müssen selbst gut werden zunächst erstmal herzlichen Dank für den sehr schönen Vortrag auch für mich hat er einige Perspektiven aufgezeigt ich habe ein paar kritische Einwände also jetzt keine Kritik am Vortrag sondern die Wichtigkeit zum kritischen Denken im Umgang mit den Medien eben der zitierte Joseph Weissenbaum eines seiner schönen Bücher hatte den Titel die Macht der Computer und die Ohnmacht der Menschen und sie hatten so schön genannt die Mündigkeit und die Selbstbestimmtheit die Macht die Technik gibt aber die Technik kann uns auch sehr stark manipulieren vor ein paar Monaten hat das World Economic Forum den Welt Risiko Bericht herausgegeben und da wird im Hinblick auf die nächsten zwei Jahre mit Wahlen fast überall in der Welt als das größte Risiko genannt die Manipulation durch jetzt nicht direkt durch künstliche Intelligenz aber generiert auf diese Weise mit all den Techniken die natürlich verfügbar sind und ich sehe zwei kritische Punkte die zu einer Medienkompetenz oder KI Kompetenz unbedingt dazugehören müssen das eine ist also wie die Bedeutung der Lernstichprobe wie groß das ist dass die alle Vorurteile die in dem was die Maschine lernt die werden einfach weitergegeben und wenn zum Beispiel eine Maschine Entscheidung treffen müsste wer in den Vorstand von DAX Unternehmen kommt dann könnten da nur alte weiße Männer hinkommen wieso weil das diejenigen waren die in der Vergangenheit erfolgreich waren warum weil es nie Frauen gab und das andere Problem ist eben dass die wirklich erfolgreichen Verfahren die mit Big Data arbeiten die sind völlig intransparent in manchen Bereichen wenn ich irgendein Übersetzungsprogramm benutze ist mir das völlig egal wie das Programm das übersetzt ja Hauptsache eben meine Kollegen in wo auch immer in Brasilien sagen oh du hast aber du kannst aber gut portugiesisch ja aber in Bereichen die meine Persönlichkeitsrechte von Menschen betreffen darf man die Entscheidung nie der Maschine allein überlassen das hatten sie auch erwähnt ja dass die Bedeutung der Mensch Maschine Interaktion da zentral ist ich würde nicht eine Maschine entscheiden lassen wollen ob ich jetzt bei einer bestimmten Krankheit eine OP bekomme oder konventionell behandelt werde ich will wissen wie kommt die Maschine zu der Entscheidung oder nicht wie die Maschine wie auf welcher Basis wird die Entscheidung gefällt Ja also zunächst mal vielen Dank für die Kritik denn Kritik ist ganz wesentlich ohne Kritik gäbe es keine Wissenschaft also erstmal ist sozusagen die Wahrnehmung also das Kriterium das Vergleichen zwischen dem was ich erwartet habe und zwischen dem was mir dargeboten wurde ein ganz wesentlicher Punkt und sozusagen die Basis jeden Wissenschaftens und sie haben auf zwei Dinge hingewiesen einerseits die Möglichkeit dass man mit KI und insgesamt diesen Techniken noch mal leichter manipulieren kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dass diese das Kuratieren von diesen und das sind Daten die kuratiert werden eine ganz empfindliche Aufgabe ist und auch die Entscheidung nach welchen Werten beziehungsweise auch Schwellwerten diese Technik entscheidet ganz wesentliche Dinge sind die im Moment im Wesentlichen von Entwickler innen Programmierer innen entschieden werden was in der Vergangenheit immer wieder sie hatten das Beispiel ja genannt dazu auch geführt haben dass wenn man KI Systeme zum Beispiel für das Recruiting verwendet also zur Bewerbung zur Bewerbung Sichtung dass dann wenn beispielsweise eine Stelle für eine Leitungskraft ausgeschrieben wurde das war ja Ihr Beispiel was dann in der Regel die Maschine Männer einladen würde weil sie in der Vergangenheit bisher Männer auf diesen männliche Personen auf diesen Positionen hatte also also in dem Datensatz mit dem die Maschine gefüttert wurde der Datensatz bildet ja immer nur die Vergangenheit ab und wenn in der Vergangenheit in unserer Welt im wesentlichen Männer in Leitungspositionen war und mit diesen Daten die Maschine gefüttert wird würde die Maschine bei einem Recruiting System auch entsprechend einen Mann als Leitungsposition empfehlen Sie hatten es vielleicht auf dem Bild gesehen ich hatte auf dem war ein Beispiel mit einer Flugbegleiterin funktioniert ähnlich wenn Sie einen Bildgenerator bitten einen Flugbegleiter männlich zu zeichnen dann wird der Bildgenerator trotzdem eine Frau zeichnen weil sie bisher also zumindest in dem Datenmaterial das verwendet wurde eine Frau ja üblicherweise gesehen hat und die KI entscheidet ja nicht ich hatte das Beispiel genannt wonach Bilderkennung funktioniert sondern sie reproduziert einfach nur aber das ist eines der Beispiele und deswegen vielen Dank für den Hinweis da nochmal das ist genau eine der Beispiele an dem wir als Gesellschaft aufmerksam sein müssen und das entsprechend kuratieren das heißt wir haben in dem Moment die Möglichkeit wenn wir diese Stereotype entdecken die problematisch sind das zu thematisieren und das entsprechend hardcodiert zu ändern genauso wie OpenAI und ChatGPT beigebracht hat gibt keine Empfehlung für den perfekten Mord oder für Bombenbau ähnliches das heißt also hier haben wir eine gewisse Normierungsmöglichkeit und gleichzeitig aber auch ich würde sagen eine Gestaltungspflicht ja das andere Beispiel das Sie genannt haben kurz zurück nochmal Sie haben so viele wesentliche Punkte genannt deswegen nur ganz kurz nochmal wenn wir das unterscheiden wir haben gelernt dass Schrift das ein Text von Menschen gestaltet ist ein Artefakt ist wir haben gelernt auch dass in der Bild Zeitung nicht nur die Wahrheit steht zum Beispiel im Unterschied dazu aber kennen wir Bilder aus der Natur und sind deswegen uns auch viel näher und da steckt tatsächlich auch ein Problem drin wenn es leichter möglich sein wird Bilder wie beispielsweise mit Bildgeneratoren oder auch Videos Stichwort ist noch nicht gefallen aber hier in diesem Fall sogenannte Deepfakes das sind Videos die gestaltet werden in denen vielleicht auch der Kopf ausgetauscht wird vielleicht haben Sie solche Beispiele auch schon gesehen da gibt es auch Beispiele mit unserem Bundeskanzler der dann etwas sagt was er so nicht gesagt hat und mit den ganzen Problemen auch jetzt mit den anstehenden Wahlen stellen Sie sich das vor wenn Videos grassieren denen wir ich habe es ja gerade gesagt Bildern denen wir sozusagen einfach aufgrund ihrer Naturähnlichkeit eine etwas authentischere Nähe aus also da steckt durchaus auch Potenzial für wirklich große Probleme drin aber letzten Endes bietet ist das eigentlich ein großes Argument für die Medienbildung für eben genau das kritische hinterfragen womit haben wir es zu tun das Wissen darüber es ist möglich solche Fake Videos herzustellen und auch sozusagen auch einen kritischen Umgang selbst damit teile ich beispielsweise ein solches Bild auch wenn es lustig ist oder like ich es womit ich ja sozusagen auch nochmal in Social Media so etwas dann nochmal verstärke also das heißt es sind sehr viele Ebenen auf denen wir gerade sind aber ich habe jetzt gerade noch ein paar Meldungen gesehen Es gab online auch noch eine Anmerkung und zwei zusammenhängende Fragen auch damit der Einsatz von KI basierten Systemen wäre eine große Arbeitserleichterung bei gleichzeitig höherer Differenzierung also höhere Individualisierungs Möglichkeit im Kontext des schulischen Lernens Übens sowie auch im Hinblick auf Feedback und Förderung beziehungsweise Forderung von SchülerInnen da passen auch zwei Fragen ganz gut dazu wie wird Ihrer Meinung nach Unterricht im Jahr 2040 aussehen und welche Aufgaben haben dann Lehrkräfte Ja also ich habe natürlich keine Glaskugel aber ich kann durchaus träumen und mein Traum geht tatsächlich in diese Richtung Ich weiß nicht wenn Sie die LehrerInnen unter Ihnen wenn Sie mal eine Binnendifferenzierung allein in der etwas größeren Klasse versucht haben zwischen gut und weniger gut wenn Sie festgestellt haben ja es ist schwierig und tatsächlich kann die Maschine oder können die Lernbuddies etwas erreichen eine Binnendifferenzierung eine Individualisierung von Unterricht die wir Menschen einfach nicht leisten können das heißt also mein Traum von Schule ginge tatsächlich in diese Richtung dass Schülerinnen und Schülern durch Lernbuddies dass Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützt werden dass sie eine Klasse mit 30 Schülerinnen und Schülern haben und alle Schülerinnen und Schüler gezielt Unterstützung für ihre Bedarfe bekommen und die Lehrerin der Lehrer das entsprechend koordiniert und da steckt glaube ich einiges an Potenzial drin ja eine gute Anregung ich hatte es nämlich auf den Folien einfach sehr schnell durchgeblättert da stand das nämlich auch als eines der Beispiele drauf deswegen vielen Dank für den Hinweis da auch noch mal also online gab es auch noch eine Ergänzung dass KI vielleicht auch eine Möglichkeit ist mit mehr Kreativität in der Bildungslandschaft zu arbeiten und dadurch einfach ein bisschen weggehen vom klassischen Fächerunterricht dass sich da vielleicht auch was in die Richtung verändern könnte dass das Bildungssystem sich ein wenig verändert lockert kreativer wird da stecken durchaus Chancen drin ja gute Anregung das schaffen sie doch ja aus oder also für die online Teilnehmer das wäre so 20 Meter quer durch den Raum gewesen und das schafft die Catchbox aber nur über Bundle ja und zwar habe ich mich gefragt in Bezug auf Medienkompetenz da sind wir einerseits Rezipienten und andererseits aber auch Produzenten wenn ich jetzt an KI denke auf welcher Seite bewege ich mich und vielleicht wie wird sich das auch verändern gerade ist es ja immer dieser Trend hin wir haben jetzt Medien wo wir selber produzieren können ändert sich das vielleicht sagen Sie gerade den letzten Satz nochmal da haben Sie nämlich nicht ins Mikrofon gesprungen jetzt muss ich nochmal zusammen kriegen ob sich das quasi in Zukunft ändert wir haben ja gerade diesen Trend wir haben jetzt Medien wo wir selber produzieren können Produzenten werden und ob sich das durch KI vielleicht auch ändern könnte wird Sie meinen dass wir weniger produzieren oder dass wir mehr produzieren dass wir vielleicht auch sogar weniger produzieren ich weiß es nicht wenn ich in Chatsivity was eingebe bin ich dann Rezipient oder Produzent ja beides wahrscheinlich also tatsächlich finde ich dass gerade über diese Gestaltungsmöglichkeit ein großes Potenzial steckt nämlich auch diese Kreativität diese Gestaltungsmöglichkeit denn gerade wenn ich jetzt mal in die Medienpädagogik schaue in den ganzen Bereich der handlungsorientierten Medienpädagogik oder allgemein auch Pädagogik die Chancen die darin stehen wenn ich selbst Hand anlege wenn ich selbst etwas gestalte mit auch mit diesen komplexen Medien dann ermögle ich nochmal ganz neue Formen des Verstehens womit habe ich es zu tun also tatsächlich ist für mich diese Gestaltungsmöglichkeiten die Sie gerade angesprochen haben ist für mich ein großes Potenzial gerade mit dieser Bildungsaufgabe auch umzugehen zu verstehen womit haben wir es eigentlich zu tun weil ich eben über das Selbstmachen über das Ausprobieren da tatsächlich nochmal mehr verstehen kann und die Dinge durchdringen nochmal Ärger Mikrofon ist glaube ich schon unterwegs oder ja dann mal letzte Frage weil wir bewegen uns auch schon mit großen Schritten auf das Ende zu aber wir haben auch noch danach sonst Zeit für vor allem jetzt alle Anwesenden den Austausch eben im Litcafé aber okay jetzt habe ich aber irgendwie schon drei vier Sachen im Kopf aber wahrscheinlich geht es anderen auch so einmal zu dem was eben gesagt wurde das fand ich total spannend ich könnte ja auch sagen also bin ich jetzt noch Filmmacherin oder bestelle ich einen Film also der Zugang dazu zur Hervorbringung von Kulturprodukten verändert sich auf jeden Fall dann interessiert mich das Thema wie beschreiben wir eigentlich unseren Umgang mit sogenannter KI wie nennen wir das und jetzt habe ich bei Herrn Kirchner gehört die KI kann weiß ich wie viele tausende Bücher lesen und ich würde sagen die KI liest nicht und ich habe mich auch bei der Stelle gefragt also da ist so die Frage wie definieren wir jetzt Lesen und wird unser Verständnis von Lesen jetzt mit strukturiert von dem was sozusagen die Maschine da tut oder von dem was wir unter Lesen verstehen ich bilde mir noch ein wenn ich ein Buch lese verstehe ich was ich da lese oder ich versuche es zumindest und die KI versteht es nämlich nicht sie trifft auch keine Entscheidungen und ich bin mir auch nicht sicher ob sie Bilder erkennt oder ob sie die Beschreibungen von Bildern erkennt dass übersetzt werden muss und diese Rede über KI also dass sie denkt dass sie liest dass sie Bilder erkennt das ist glaube ich sehr entscheidend um sich auch ein Stück weit wieder selbst zu ermächtigen das ist ein Unterschied ich habe nämlich heute auch hier herkommend überlegt was ist der Unterschied zwischen dem wie ich denke und das was wir vielleicht meinen wenn wir davon sprechen dass KI denkt und ich bin darauf gekommen es geht jetzt von Kindern aus mit denen also oder ich beschäftige mich viel mit dem mit der Frage wie lernen Kinder und wie denken sie vielleicht auch und eine Idee war Kinder denken in Bildern und jetzt kommt hier da werden Bilder erkannt und ich würde dem halt eben widersprechen weil das ja übersetzt werden muss und da wird gerechnet und das sind Rechenknoten und das zu betonen halte ich für sehr sehr wichtig und das Letzte was ich sagen wollte zu der Frage was macht denn jetzt eigentlich der Pädagoge was macht die Lehrkraft was ist auch unsere Aufgabe vielleicht als Dozentinnen hier an der Hochschule ja bei der Frage die hier gestellt wurde würde ich sagen ja Textkriterien müssen wir natürlich vermitteln es muss darum gehen die Orte zu haben an denen geklärt wird was ein guter Text ist oder was wissenschaftliches Arbeiten ist was wissenschaftliche Kriterien sind und das wäre dann der Ausgangspunkt um eine gute Gutachterin in Bezug auf diese Dinge zu werden so stelle ich mir das im Moment vor also vielen Dank Gesine und da hast du mich tatsächlich erwischt nachdem wir uns gestern in der Sitzung lang und breit darüber unterhalten haben wie wichtig es ist dass wir gerade an Hochschule präzise die präzisen Begriffe bedienen insofern erwischt wenn ich tatsächlich von erkennen spreche dann ist das natürlich genauso oder so ähnlich sozusagen in dieser Folie zu verstehen wie künstliche neuronale Netze allein da steckt ja auch ich hatte ja gerade das auch gegenübergestellt dass es eben nicht hier um Neuronen geht und eigentlich beginnt das Problem mit diesen schiefen Begrifflichkeiten auch schon damit dass wir von künstlicher Intelligenz sprechen und natürlich das hatte ich so deutlich noch nicht gesagt aber deswegen danke dass du darauf nochmal hinweist natürlich geht es hier nicht um das was wir mit Intelligenz verstehen also wenn man das mal ganz einfach sich ötymologisch herleiten würde Intellegere also zwischen den Zeilen zu lesen ja also das heißt ja allein in heißt ja eigentlich ist ein Intelligenzverständnis in zweierlei Hinsicht ich habe ich habe einen Text da geht es darum nicht nur sozusagen diese einzelnen die einzelnen Worte entsprechend dechiffrieren zu können ja die ganzen die einzelnen Sinnzusammenhänge zu interpretieren zu können ja sondern tatsächlich auch den Sinnzusammenhang zu verstehen und gegebenenfalls auch das was sich sozusagen dahinter verbirgt die Intention desjenigen der beispielsweise diesen Satz verfasst hat bis hin auch dann sozusagen nochmal und das kriegt nochmal einen eigenen Turn dass zwischen den Zeilen sozusagen vielleicht eine vielleicht eine Hidden Agenda die da noch mitspielt ja und alleine das schon ist etwas was einer KI also man müsste eigentlich streng genommen immer Intelligenz in Anführungszeichen setzen aber das macht es anstrengend darüber darüber zu sprechen korrekt wäre es aber ja 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 jetzt muss man die Technik machen Andreas fest fragt wie erkennt erkennt in Anführungsstrichen ein menschliches Gehirn Bilder auch da werden Daten verarbeitet was ist die Definition von erkennen genau ja okay genau wenn ich es mal oder jetzt gleich noch eben wie gesagt im Litcafé vielen Dank nochmal Herr Knaus für Ihren Vortrag für Ihren Input und auch für die Diskussion und genau danke an alle die heute vor Ort waren und auch alle die online mit dabei waren und genau ich glaube das war eine gelungene Auftaktveranstaltung und wir freuen uns auf die nächste am 5. Juni mit Herrn Spannagel vielen Dank vielen Dank tschau 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 tschau